Moin Moin liebe Pokerfreunde, hier spricht wieder euer Trainer Ecke Sach. Ich habe ein neues Video für euch, was ich ja gerade produziere. Und zwar ein Live Play NL 25 Euro Full Ring Cash Game mit diverser Software-Unterstützung, die ich gleich noch mal besser erkläre. Erstmal die Hand hier, Kings Open Race aus früher Positionen, Conti Bet gemacht. Die zwei sind eine super Karte für mich, immer weiter zu Conti Betten for Value und Protection. Warum ist die zwei eine gute Karte? Na klar, die zwei wird dem Gegner selten helfen. Sie reduziert die Handkombination von Sets in der gegnerischen Range. Das sind ja die nervigen Karten für mich. Die zwei counterfitted eine 10-8 zum Beispiel, die der Gegner haben kann für ein Two-Pair. Und ja, kein Draw ist angekommen. Perfekt für mich eigentlich, um weiter irgendwie zu barren. Gut. Ja, es ist NL 25 und ihr seht die Anzeige in Big Blind. Ich benutze seit ein paar Wochen den Stars Helper. Und das ist ein Zusatzprogramm, was mir wertvolle Dienste geleistet hat bisher. Und zwar brauche ich den Table Ninja gar nicht mehr für Cash Game, sondern nur noch den Stars Helper. Und eine witzige Sache ist halt, dass er die Geldbeträge in Big Blind umwandeln kann. Das heißt, da ich ja auch auf verschiedenen Limits spiele, sowohl Full Ring als auch PLO, ist es für mich natürlich ganz cool, dass ich mich gerade in einer Session mit verschiedenen Limits, wo ich Tabels selekte, dass ich mich dann nicht an die verschiedenen Bet-Sizes und Limits gewöhnen muss, sondern ich stelle es einfach so ein, dass er mir immer die Big Blinds anzeigt. Und dann habe ich immer diese 100 Big Blinds und die Bet- und Grayscore sind auch jeweils in Big Blind und das ist einfach super, ja, vereinfachend für mich. Sehr netter Effekt. Dann blendet es die jeweiligen Positionen ein, hier. Die Images habe ich jetzt weggenommen, da achte ich eh nicht drauf. Was für mich ganz interessant ist zu sehen, gerade wenn ich Full Ring spiele und einige Spiele auf Sit-Out sind oder einige Spieler den Tisch verlassen haben, wo ich tatsächlich sitze. Das kann man beim Multi-Table manchmal gar nicht so genau feststellen. Man sehr viele Tische auf hat und man wähnt sich irgendwie im Mittelpositionen, aber tatsächlich ist man schon Cut-Off, weil da ein Spieler weg ist und da eine Off-Sit-Out ist. Und dementsprechend ist es ganz angenehm, diese optische Unterstützung noch zu haben, dass einem die tatsächliche Position, wo man sitzt, eingelündert wird. Dann macht das Programm noch, dass die Bet- oder Race-Sizes Pre-Flop automatisch eingestellt sind. Das heißt also wirklich von jeder Position, ich habe gesagt, OTG möchte ich die und die Race-Size haben, MP möchte ich die und die Race-Size haben, Cut-Off. Andere Button werde ich Min-Raisen und das hat das Programm tatsächlich für jede Position gespeichert. Und da muss ich dann bloß noch auf den jeweiligen Race-Button drücken und habe dadurch eine Zeitersparnis, die ganz nett ist. So 8-10 werde ich hier isolieren. Das Spiel hat gelimmt, ich habe noch keine Informationen über ihn. 8-10 suited ist durchaus eine spielbare Hand, die man auch für so einen ISO-Race verwenden kann. 3-5 mit einem super losen Spieler auf dem Button werde ich sein lassen und hier werde ich den sehr teilten Spieler nach 3-Sicherten angreifen und auf dem Board werde ich 2 Barrels abfeuern. Ich denke, dass er nicht häufig mit Overcuts floten wird, sodass eine einzelne Conti-Bet meistens nicht ausreicht. Aber wenn ich 2 abfeuere auf so einem trockenen Padboard, sollte ich am Turn halt sämtliche Overcuts oder vielleicht kleine Pockets, die gepeelt haben, zum Foden bekommen. So, hier gibt es ein Donk-Bet, eine kleine Donk-Bet und das weiß ich noch nicht so wunderbar, was ich damit anfangen soll. Ich qualle das mal. Ich finde die Donk-Bet ein bisschen zu klein, damit es so ein Bett ist, wo er wissen möchte, wo er steht. Es könnte ein Inducer-Bet sein und das Problem an diesen Inducer-Bets ist tatsächlich, dass ich nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass der Gegner das ist nicht so einfach, wenn diese Blocking-Bets, die er gemacht hat, dann tatsächlich mit dem Nut-Flush gemacht worden sind. Okay, da habe ich die falsche Idee gehabt zu dem Zeitpunkt. Okay, ganz interessant zu sehen, dass der Spieler Flop-Turn-River, Small-Blocking-Bets, With-Not-Flush-Draw, On-Parrot-Board, Heads-Up macht. MP1, ein Tick zu schlecht, um die Hand zu raisen. Das ist jetzt kein riesengroßer Fehler, aber King-Field Offsuit, wenn ich mir so sehe, dass da ein Loser-Spieler ist, da ein aktiver Spieler, der vielleicht häufiger 3-betet, dann macht es für mich keinen großen Sinn. Hier könnte ich squeasen, auch nach der Hand, die ich eben gezeigt habe, mit dem Bluff. Ich weiß nicht, ob der Squeeze hier zu prickelnd ist. Der Spieler scheint nicht so sehr gewillt zu sein, zu fohlen. Könnte ich Donk petten. Ich glaube, das mache ich auch mit dem Gut-Shot, dem Backdoor-Flush-Store und der Overcard. Das ist ein Low-Rainbow-Board, was die Ranges der Gegner auch häufig verfehlt haben kann. Und wenn ich das da schaffe, halt mit der Donk petten Poppets zu nehmen, das ist natürlich ein super Ergebnis. Den wollte ich aber nicht gelb markieren, sondern noch weiß ich nicht, was für ein Spielertyp sich dahinter verbirgt. Ja, was kann das Programm noch? Ich war noch nicht ganz fertig mit den Ausführungen. Es zeigt mir hier in diesem Pot-Ods-Feld die direkten Pot-Ods an, wenn ich am Zug bin. Das kann ganz interessant sein. Ich gebe zu, dass ich da nicht allzu häufig drauf achte. Aber wenn ich mal eine Situation habe, im Eifer des Gefechts und einfach mal sehen möchte, hier zum Beispiel gibt es einmal die Pot-Ods und die Prozentzahl, die Break-Even-Equity, die ich bräuchte für den Call. Und das ist ganz, ganz nett irgendwie, wenn man viel Tisch hat und sich das dann auch nebenbei einblenden lassen kann. So, hier defende ich meinen Small Blind aggressiv. Ich habe mir angewöhnt, im Small Blind nicht mehr zu callen, sondern entweder 3-Bett oder 4-Bett zu spielen. Es ist einfach, dann halt nicht mit einer polarisierten Handrange, sondern natürlich mit einer Linearen. Das heißt also, dann nehme ich halt irgendwie so die Top-X-Prozent meiner Hände, wenn ich dann 3-Bette. Und es ist tatsächlich so, dass der Small Blind sich sehr, sehr schwer spielen lässt, wenn ich flat calle und eine polarisierte 3-Bett-Range habe, weil meine Flat Calls dann tatsächlich sehr überschaubar sind. Dann flattet man im Small Blind mit solchen mittelstarken Händen wie Pocket 8, Pocket 9, Pocket 7 da. Und, keine Ahnung, Ace-Jack, Ace-10 suited, King-Queen, Offsuit, King-Jack suited, sowas halt. Und das möchte ich halt nicht, dass meine 3-Bett-Range aus dem Small Blind polarisiert ist, weil ich dann tatsächlich Probleme bekommen kann irgendwie auf Post-Flop, wenn meine Hand-Range zu schwach ist. Und dass ich dann halt eine sehr überschaubare Flatting-Range habe, die dann vom Big Blind angegriffen werden kann durch Squeezes. Und die capped ist. Das heißt, ich habe dann keine Asse, keine Könige, keine Damen und so weiter drin. Und das kann mir Post-Flop doch Probleme bereiten. So, hier gibt es eine kleine 3-Bett und einen Call. Ich denke, das ist eine Pot-Ots-Geschichte. Jetzt gehen die Tische hier irgendwie kaputt. Das ist ja nicht so schön. Ich will mir dann gleich einen neuen suchen. Beide checken zu mir auf dem Board, aber das greife ich nicht an. Das ist mir zu koordiniert. Und ich weiß noch nicht hundertprozentig genau, was diese Min-3-Bett war. Vielleicht war es ein Miss-Click vielleicht. Aber ich weiß es wirklich nicht. Aber tatsächlich ist mir das Board zu koordiniert. Da werde ich mal eine schöne 4-Bett spielen. Auch wieder so eine kleine 3-Bett. Es ist ein bisschen deeper hier. Ich habe Positionen, ich werde so 75% auf Set-Value-Call und 25% auf Steal-Equity. Ich versuche, den Portfolio mit zu klauen, falls ich die Gelegenheit dazu finde. Auf dem King-Eye-Bot keine Conti-Bett zu machen, das ist sehr komisch. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Aber im Zweifelsfall aggressiv sein und versuchen, den Port mitzunehmen ist, glaube ich, okay. Top per Top-Kicker in so einem 4-Bett-Pot. Gegen Gegner, der sonst keine Informationen mehr bisher gegeben hat. Ja, schwer von Hand wegzukommen. Ganz ehrlich. Gegen Titan Regular vielleicht irgendwie ist es möglich, hier noch einen Full zu finden. Aber gegen einen anderen. Da wandelt die Coolheit irgendwie rein. So, machen wir mal einen neuen Tisch auf. Gut, ich habe ein paar Kritikpunkte bekommen. Also jetzt nicht riesengroße Sachen, aber zumindest so zwei, drei. Und die versuche ich abzustellen. Da beginne ich in diesem Video. Kritikpunkt Nummer eins war an dem Cascade-Multitable-Video, das doch sehr, sehr anstand war, da zuzugucken. Was, ja, glaube ich, eigentlich was normal ist für Multitable-Videos. Aber nun gut. Das Cascade, irgendwie da springen die Tische hin und her. Kann durchaus passieren, dass ein anderes Setup dann günstiger ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, für heute mal vier Tische überschaubare Action. Viel Zeit zwischen den Händen auch ins Detail zu gehen, etwas genauer zu erklären, welche Gedankengänge ich habe. Und wie so mein Setup und mein Gameplan so ausgerichtet sind. Und zum anderen, dass der Ton doch sehr nervig ist. Da hat mir ein User gesagt, ich sollte mal die Beta-Sounds von der Pocastar Software testen. Habe ich gemacht. Und das ist tatsächlich so, dass die Geräusche nicht ganz so nervig sind. Die wende ich hier gerade an. Okay, und ja, versuchen wir mal ein paar interessante Spielsituationen zu erzeugen. Und ein paar Bötter mitzunehmen. Zum Hat nochmal. Das habe ich ein bisschen umgebaut zu den Hatzen aus älteren Videos. Das ist jetzt überschaubarer gemacht. Ich glaube, ich werde es gleich donken. Die Trips mit dem schlechten Kicker sind da mehr oder weniger die Nuts in der Situation. Und ich möchte natürlich auch einen Pott aufbauen mit der Hand. Und deswegen entscheide ich mich für die Donkbet. Gerade wenn der Gegner doch eher dazu neigt, an Pötten zu kleben. Finde ich sinnvoller, denn er checkt meistens Behind auf so einem Board. Und dann verpasse ich eine Street for Value. Und wenn er mich da mit irgendwelchen Overcards, kleinen Pockets, Overpairs, die er slow geplayt hat, Preflop, dann callt und ist halt der Pott am Tor schon ein bisschen größer. Und ich laufe natürlich immer Gefahr, dass ich meine Kundschaft verliere. Das ist gegen einen etwas passiveren Spieler aber nicht so dramatisch. Wenn ich da gecheckt hätte, dann kann es durchaus sein, dass er auch einfach Behind checkt und dann die nächste Straße foldet, wenn ich dann anfange, welche zu holen. A7 UTG plus 1 ist mir ein Tick zu schlecht. Das kommt weg. Für einen Isorace ist da nur zwei. Auch eine sehr unglückliche, hässliche Hand. Ich bräuchte eine Hand, die etwas koordinierter ist. So, das sind nicht die Stats von dem Spieler. Und ich würde hier einfach mal Crowbar auspacken. Jeder füllt den Small Blind Plus auf. Ist immer ein Zeichen von EFN Schwäche. Und da ich ja Positionen habe, ist es tatsächlich so, dass ich mir so erstmal die Initiative hole. Ich habe dann die Möglichkeit den Port Prefob schon mitzunehmen. Das ist eigentlich ganz nett. Und ich kann einfach eine stärkere Hand-Range repräsentieren, wenn ich eine Conti-Bread spiele. So, Prefled den Port mitnehmen hat nicht geklappt. Conti-Bread auf dem Pair-Board hat nicht geklappt. Das ist nicht besonders gut für mich. Das Ass... Man könnte vermuten, dass es so gute Barrel-Karte ist. Aber das Problem ist, dass er ihn auch häufig mit vielen Ass-Xen check-called und dann... Also Limb-Called und den Flockdown-Check-Called und dann würde ich halt genau die Karte als Barrel-Karte benutzen, die ihn betroffen hat. Und er kann ja immer noch mit 10 Slow-Playen und die Frage, ob ich ihn von dem Pocket runter bekomme. Vielleicht, ja. Ich denke, es ist auch okay, ohne weitere Informationen mit dem Spieler einfach die Hand aufzugeben. Okay, der ist sehr loose. Kann ich schon mal die Farbmarkierung Station-Fisch auspacken. und die Flop mit Bube mit Bube-Sex-Ocean-Check-Call und Flop. So, hier würde ich ein kleines Wels spielen und versuchen den Gegner rein zu hungern. Und jetzt unten sitzen, hoffen, dass jeder kein Set hat, was er slow geplayt hat. Und eine 8x oder ein Draw oder schlechteres Overpair. Und da folgt ein Paar mit Flush Draw und zeigt mir das dann noch. Eine Overbid auf dem Board, weil ich nichts getroffen habe, soll das ruhig haben. So, was er dann gemacht, Check Call, On the Flop, über das 10x10x2 mit Flush Draw und Check Down, Turn Rüber. Ja, mit dem möchte ich natürlich Hände spielen. Das ist die Folge, ob ich ihn isolieren möchte. Ich glaube, ich möchte ihn isolieren. Weil das Spiel doch sehr passiv zu sein scheint. Und ich mir nicht allzu viele richtige Troublespots dadurch ausmalen kann, die ich reinkomme. Wenn er relativ ehrlich spielen wird, Post Flop. Ja, ich flop natürlich super. Mit dem Paar und dem Nut Flush Draw. Ja, die Kohle wandert rein am Flop. Geil, was die Jungs hier machen. Das sein wird, wenn er bloß Check Callt, wie ich dann weiter agieren soll. Ja, denn ich glaube nicht, dass ich viel Fultiquity habe auf späteren Straßen. Das heißt also, hier habe ich die Option, einfach weiter zu ballern. Oder mir eine Free Cut zu nehmen und hoffen zu Improven. Ich habe Showdown Value gegen ihn, gerade wenn er seine Bube Sechshand so spielt. Aber er kann natürlich auch genauso gut einen König oder einen Neun haben. Ich glaube, das ist okay, hier die Free Cut zu nehmen und versuche mich zu verbessern. Klappt nicht. Ja, den einen Musikkorn. Mal gucken was. Uiuiui. Hat der Asse gehabt? Okay, der ist ja sehr umbrechenbar. Min, Raise, Call, Aces, Preflop und dann Slow. Ja, ich würde schon fast sagen, Underplay, Flop Turn rüber. Bei so einem Spieler ist es natürlich wichtig, dass man sich viele Player Slots macht. Die könnten echt Gold wert sein. Denn wenn ein Spieler umbrechenbar ist, dann wird man aus seinen Stats nicht besonders schlau werden und auch nicht viel rauslesen können. Ich glaube, es ist okay, hier eine Conti-Bet zu spielen. Den Overcards und dem Backdoor Flush-Draw. Ich kann den Spieler überhaupt nicht einschätzen, ob der fähig ist, den Fold-Button zu finden. Shine schafft das ja doch. Drückenes King-High-Board, ideal für eine Conti-Bet. Und Super-Karte zum Barren, Equity aufgekabelt, Scare-Karte. Das ist eine sehr technisch simple Hand gewesen. So, das ist jetzt nicht UTG, das ist jetzt so, dass wir so short sind, dass plötzlich die Six-Max-Tisch-Bezeichnungen oder die Six-Max-Platz-Bezeichnungen eingeblendet werden. Das ist nicht so dramatisch. Dann Six-Packs kann ich Ace-Jack-Offset durchaus raisen. Hier mit den Fives kann ich mitlimpen, kann ihn versuchen zu isolieren. Wenn ich jetzt wüsste, was das beste Play ist, kann den Spieler noch nicht einordnen in Station-Fish oder Fitter-Fold-Fish. Das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Und im Zweifelsfall werde ich ihn dann isolieren mit meiner Hand. Wenn der Call kann ich eventuell mit den Fives hier auf Set-Value Callen, wo es sehr dünn ist. Ah, ich werde es einfach mal riskieren. Was soll schon passieren? Außer, dass er den Aces hat. Gleich mal klein anspülen. Wenn er einen Aces hat, dann wird er eh nicht Foden. Wenn er sowas hat wie Kings, Queens, Jacks, wird er meistens Behind checken. Und von genau so einer Hand erwarte ich jetzt, erhoffe ich mehr Value. Und der Crispo, ja das ist halt die große Unbekannte. Hier in dieser Flop-Gleichung. So und jetzt, ja, ich glaube ich kann es einfach reinballern. Oh, das ist so groß, ich gehe nicht davon aus, dass man als König oder als Dame hier noch einen Exit findet. Und schwer out of position jetzt zu slow playen. Also seine Bat zu callen und den Turn dann, ja zu donken ist ähnlich stark. Genauso stark wie den, diesen Shuff jetzt hier zu machen. Okay, da findet er kein Exit. Hier oben interessant. Ich werde gecheckt rest auf dem Board. Uiuiuiuiui. Nicht einmal bisher. Aber meine Hand ist eigentlich zu stark um sie zu foolen. Ich denke Call ist okay. Dann ein bisschen vorsichtig agieren, abturnen und rüber. So. Eigentlich 4 ist eine gute Karte für mich, denn die Sets, also die legitiven Value Check Raising Hände, die der Gegner gehabt haben kann. Dann sitzt deutlich reduziert auf irgendwie so drei Paar Sechsen und eine Kombination mit Pocket Fours. Das Overcards können sein, muss nicht sein. Es können sein, dass hier random Bluffs oder Flush Dross dabei sind. Ich denke ich kann mich jetzt ganz gut beschützen. Mit einer Bat am Turn. Wenn jetzt der doppelte Check Race kommt, dann werde ich meine Hand einfach aufgeben, weil ich nicht davon ausgehe, dass ein 13 Zehner das als Bluff machen kann. Alternativ wäre Behind zu checken am Turn. Dann gebe ich sämtlichen Draws und Overcards eine Free Card und das möchte ich nicht. Und aufgrund der Kombinatorik, ja. Es ist sehr unwahrscheinlich gewesen, dass der Gegner dann tatsächlich eine starke Hand am Fluff gecheckraced hat. Aber natürlich nicht unmöglich. So, dann... Ich würde auch nebenbei ein paar Spieler markieren. Das kann niemals schaden. Bisher auf eine Conti wird immer gefoldet. Und ist sehr loose. Also... Wird auch Foldfisch. Ja, schön Flush gefloppt. Auch hier ein 9-Half-Flush-Slowplane. Macht für mich auch nicht viel Sinn. Der Gegner kann so viele Overpass-Sets... Ace of Diamond, King of Diamond, Queen of Diamond... Hände haben, mit denen er mir Action gibt. Und meine Hand ist sehr stark am Flop. Allerdings auch durchaus verwundbar. Und... Da möchte ich einfach Value gleich bekommen. Irgendwie keine Free Cuts geben. Und mich vor Draws beschützen. Wo es wahrscheinlich nicht so ist, dass ich mich groß vor Draws beschützen kann. Denn die werden höchstwahrscheinlich immer Callen. So, was mache ich denn hier? Habe ich nicht aufgepasst. Sehr gut. Tatsächlich nicht aufgepasst, wie die Action war Preflop. Das ist ärgerlich. Eine Bat mal Callen und... Die Bat auch nochmal Callen. Mit dem... Mit dem... Ace. Sehr unwahrscheinlich, dass er da voll Bluffs auspackt. Aber auf dem Board... Ähm... Diese Min-Bets... Bezahlen irgendwie mit einem Ace. Da muss schon viel passieren, damit ich das nicht mache. Auch hier... Ich fülle hier auf, um mit dem Spieler in die Hand zu kommen. Denn ich gehe davon aus, dass seine Limping Range sehr schwach ist. Und mit den Trips auch hier... Versuche ich gleich einen Pod aufzubauen. Gegen einen Gegner, der eher so Station ist. Aber ich weiß jetzt nicht 100% was ein Station ist. Zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass er mich jemals irgendwie groß bluffen wird. Das heißt also irgendwas zu... Inducen durch Checks. Slow Plan gegen die Gegner. Werde ich... Ich fühle es wahrscheinlich keinen großen Erfolg mit haben. Fünf gegen den Typen hier. Schwer zu sagen. Hier nochmal eine Hälfte Pod als... Dünne Value-Bet. Und wenn er mich raised, bin ich draußen. Dann hat er... Sehr, sehr häufig eine 10. Ah, hier wollte ich Raisen. Das fand ich gut. Den wollte ich hier mit den Pocket Fives Raisen. Ganz einfach, weil ich denke, dass sein Range so schwach ist, mit der er hier die ganze Zeit Action macht. Der Bonsai Baum. Ähm... Dass es okay ist, damit halt hier... Für 17 Big Blunts Plutop reinzugehen. Aber der Call, der war einfach ein Missklick. Das war nicht gut von mir. Das gebe ich glaube ich auch auf. Top-Pair-No-Kicker. Geht auf Raisen nicht. Keine Information über ihn. Und... Ja... Kann natürlich mit... Mit Overpairs... Äh... Äh... Unterwegs sein, die ja Prefab als Trap gelimmt hat. Ich glaube nicht, dass meine Hand stark genug ist, um groß... Äh... 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 Ich... Muss nicht unbedingt sein, dass er jetzt wieder Asse hat. Aber... Zumindest hat er mir einmal gezeigt, dass er... Mit einer sehr starken Hand gegen den Rest hat. So... Den Tisch werde ich auch mal auswechseln. Ja... Ich habe Euro-Tische genommen, weil ich... Ähm... Vermutet habe, dass... Ich... Ähm... Häufiger die gleichen Gegner, also die gleichen Regulars an den Euro-Tischen dran habe. Ähm... Ähm... Es gibt bestimmt Regulars, die meiden die Euro-Tische und sagen so, ich würde nicht Dollar-Tische spielen. Dann gibt es bestimmt Leute, die... Bock haben, Euro-Tische zu spielen, weil sie es irgendwie cool finden. Oder... Warum auch immer. Keine Ahnung. Und ähm... Dann ist es so, dass ich dann... Äh... Für so ein Video in kürzerer Zeit... Äh... Mehr Informationen von diesen... Von den Regulars bekommen... Die diese Euro-Tische spielen. Und das ist ganz angenehm. Die Fives in MP1 kann ich open raisen. Ähm... Ähm... In der Early Position, also UTG, UTG plus 1 würde ich es wahrscheinlich wegschmeißen. Es sei denn, ich habe... Einen vernünftigen Grund, das zu machen. Grund wäre zum Beispiel sehr... Loser, Stationartige Gegner am Tisch. Die... Mir eine größere Auszahlung geben, falls ich mein Set treffe. Hier defende ich meinen... Big Blind Passiv. Macht zwar ein sehr großes Race... Der Spieler aber... Jack Tensio ist natürlich eine sehr sehr gute Hand... Um in Position... Ähm... Blind versus Blind auszuspielen. Tor per Medium Kicker. Backdoor Flashtor. Easy Call am Flop. Und... Gegen den... Fiverr Fullspieler. Da konnte ich wieder draushauen. Und dann durch sein. Wenn eine ganz blöde Karte kommt. Flasht ist angekommen. Straight ist angekommen. Und... Der... Spieler, den ich eher so als... Fiverr Fullspieler... Ähm... Markiert habe. Ist immer noch dabei. Also... Ähm... Mal aufgeben. Jetzt kommt noch eine 5 irgendwie an. Tja... Und hier peel ich eine weitere Karte mit dem Top per. Und... Am River gebe ich auf, falls es... Action gibt. Das halte ich für einen sinnvollen Plan. Drei Barrels. Mit einer schlechteren Karte von einem... Titan-Spieler. Kann ich mir am besten nicht... Besten Willen nicht vorstellen. Auf... NL-25 Fullring. Ähm... Open Ender. Sogar den... Nut Open Ender. Wenn eine Dame kommt, habe ich halt die Nut Straight. Das ist ziemlich cool. Wenn ich hier nur Callen... Full Equity gegen den Gegner, wenn er diese... 1 Dollar Betten macht. Oder 1 Big Blind Betten macht. Glaube ich nicht ohne... So unbedingt dran. Deswegen nehme ich mir hier lieber die Free Card. Versuche meine Equity zu realisieren. Mich zu Improven. Aber den Gegner jetzt nicht zu plaffen auf dem Board. Ich habe ja sogar noch Showdown-Pot. Das ist ja... Showdown-Value mit dem King. Gegen... 10. So... Was hat er denn hier gemacht? So... Hier... Flop... Blocking Bet with... Bear... OESD... Also... Bear... Also... Ich kann auch schreiben... One Card... OESD... Checkdown... Turnover... Unimproved... Und so kann man auch innerhalb von einer Stunde... Ähm... Zumindest ein erstes Bild machen von... Sich von... Sich ein erstes Bild machen von dem Gegner. Und... Ähm... Braucht gar nicht so viele Statistiken. Um gegen den Spieler profitabel spielen zu können. So... 13. Nach 72 hätten den markiere ich erstmal als Regular. Hier unten... Dieses Stil vom Small Band. Der... Wird auch erstmal als Regular... Bezeichnet... Und den... Mal als... 3-Bet Heavy. Also... Gelb sind bei mir Spieler, die... Ähm... Etwas aktiver sind... Als es ein normaler... Tight-Aggressiver Spielstil... Zulässt. Grüne Umrandung... Für... Einen Tisch... Wo ich mit mehr als 200 Biglines dran sitze. Das Ziel einer Session ist immer möglichst viel Grün zu sehen. Ganz klar. Ähm... Für mich immer ganz, ganz günstig... Wenn ich auch gerade PLO spiele und... Ähm... Ähm... Ich dann halt sehe irgendwie... Ja... Wo... Wo sitze ich deep irgendwie... Wo... Ähm... Wo muss ich meine Hände vielleicht ein bisschen anders spielen. Ähm... Als es bei einem 100 Biglines Stack machen würde. Da haben wir sieben. Wow... Iso-Race... Ist okay. Also wenn man ein bisschen sündiger unterwegs ist... Kann man es auch wegschmeißen. Aber... Vortabling... Video machen... Gegner der limpt... Äh... Und keinen vollen Stack hat. Und... Ja... Kann man sich jetzt schon mal zutrauen mit der Hand in Position... Den... Limp anzugreifen. Okay... Ich sehe das... Gleich... Zwei Uhr ist... Und... Ich... Die... PLO... Happy Hour... Mitnehmen möchte. Das heißt also... Ich mache hier mal so langsam Beschluss... Mit dem Video. Obwohl es echt Spaß macht die Tische zu spielen. Ja... Also ein User, der mich wahrscheinlich nicht kennt, hat in dem... Also in einem Video einen Kommentar geschrieben irgendwie, dass ich... Ähm... Ähm... Also beim 12 Tabling irgendwie zu... Äh... Zu platte Begründungen für meine Entscheidung gemacht getroffen habe... Oder gemacht habe und... Ähm... Keine Sorge. Und ich... Ähm... Habe glaube ich eine Pokervita, die es mir erlaubt... Ähm... Auf diversen Limits profitabel zu spielen und... Auch... Ähm... Zu coachen. Das heißt also... Ähm... Ähm... Habe... Dutzende von Spielern privat gecoacht. Diverse Limits, diverse Pokervarianten und... Ähm... Wenn das in... Ein oder zwei Videos nicht ganz rüberkommen, dann tut's mir leid, aber... Ähm... Wir müssen da vertrauen, dass ich ein bisschen Plan ab von dem Spiel. Okay, ähm... Ähm... 60 bis 60 Prozent der Starthänden... Ähm... 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 Gerade auf den kleineren Limits scheint es durchaus profitabel zu sein. Weil die Spieler es... Höchstwahrscheinlich nicht gelernt haben. Oder zumindest... Einige Spieler es nicht gelernt haben. Ähm... Ähm... Ihre... Defending Ranges anzupassen. Also wenn... Die Leute auf... Äh... Zwei Big Blind Steals genauso reagieren wie auf drei Big Blind Steals. Ähm... Ähm... Da ist eigentlich mehr Profit. Das ist schon ganz praktisch. So... Dann gehen wir auf... auf der Optics Big Blind... Und... Wir enden das Video gleich. Na... Und... Das Markieren der Spieler auf diesem Limit, ähm... Das... Das... Die sich auf höhere Limits verirren. Und dann ist es schön... Eine Farbmarkierung und... Ähm... Vielleicht schon ein, zwei Players Nutz zu haben. Ähm... 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 Kann man vielleicht mal gucken, ob... Wie viel dazu... Ähm... Ähm... Da... Zeigt er mir dann auch an, mit welchen Händen er... Äh... Äh... Und dementsprechend ist es auch okay, auf solchen Bots die linken Gegner einfach wesentlich besser passen. Ähm... So... 6... 6... 6... Nach 16 Händen... Erstmal als Snip markieren. Da macht man nicht so viel verkehrt. So... Mit der Sascha bin ich sehr zufrieden. Also nicht nur, weil das Ergebnis natürlich gestimmt hat, sondern... Weil ich denke, dass... Ähm... Ähm... Gameplan irgendwie auch, ähm... Ganz gut gefruchtet hat. Also Min Races vom Button machen. Small Blind nur mit 3 Bats defenden. Ähm... Einfach sich Gedanken machen über die Hand Ranges. Ähm... Versuchen die... Ähm... Tags und die Nits anzugreifen. Und... Ähm... Ja... Players Nutz machen von den Targets, von den... Ähm... Los passiven Spielern. Das... Also wenn man das hinbekommt in einer Session und merkt irgendwie, äh... Äh... Das läuft. Ähm... Dann ist man so einigermaßen in der Game drin. Und das ist... Immer ein schönes Gefühl. Okay. Ich hoffe, dass euch das Video... Weiter geholfen hat. Und ähm... Ähm... Ja... Bis zum nächsten Mal. Das war euer Trainer Ecke Sach. Macht's gut.